Ja, Moin Moin. Ja, hier nochmal der Aufruf und Einladung an alle Mittelstandbauern. Kommt gerne alle vorbei. Wenn wir neuen Autokorso machen, natürlich auch mit Fußvolk laufen. Und zwar in Nauwburgshale am 14.04. jetzt den Sonntag um 14 Uhr auf der Vogelwiese. Weil was hier abgeht hier in dem Staat hier bei der Regierung, das kannst du doch niemandem anbieten, oder? Ja, die Lachnummer-Tonation sind wir sowieso, der Welt. Von daher, Sonntag 14.14 Uhr auf der Vogelwiese erscheint, zahlreich. Weil mich kotzt das hier langsam an, ja, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, zähl auf euch, bis dennne, wir sehen uns, bis dennne, tschö, euer Olli.